Liebe Zuschauer, hier ist Martin Hüderpol und meine Großtante Brigitte aus Eutin wird heute 86 Jahre alt. Diese Gelegenheit möchte ich nutzen, um euch eine interessante Variante des Geburtstagsständchens zu demonstrieren. Ihr braucht dazu so ein Festnetztelefon mit Tasten. Zeit, das liebe Tantchen anzurufen. Es klingelt. Alles Gute zum Geburtstag, liebe Tante. Ja, doch ich muss Schluss machen. Tschüss. Ich glaube, sie hat sich drüber gefreut. Oh, verdammt, jetzt fällt mir ein, ich hätte auch noch eine Zugabe spielen können. Wie zum Beispiel Und natürlich den Klassiker Alle meine Entchen. Das heißt, ich benutze nur diese Buttons. 1, 2, 3, 6, 9 und Hash. Das ist, weil sie etwas wie die Major-Skale sind. Für die Comparison. Das heißt, dass man auf eine Push-Button-Telefon kann jeder Song, die nur die ersten sechs Nöte der Major-Skale braucht. By the way, you don't need to worry that your telephone call could be interrupted, by pushing the buttons. Once there's a connection, further tones won't be interpreted as dialing anymore. If your phone sounds like this, and not like this, it operates on Pulse-Dialing. That technique originates from the rotary phones, and it is older than 60 years. But we need the so-called Multi-Frequency-Dialing, which every Push-Button-Telefon can certainly be switched into. Tja, liebe Freunde, wer hätte gedacht, dass quasi jeder von uns ein vollbettiges Musikinstrument er sich zu Hause hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. And now follows a little demo song. Quietsche-Dialing Untertitelung des ZDF, 2020